Oh mein Gott, die Sniper, wa? Ich sag's ja. Mein Erzfeind, du scheiß Sau, du. Ich hasse euch. Seid so gemein immer. Yo, 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 das war's. Zwei haben wir schon. Bestimmt, den Ersten bekommen wir ja sowieso schon, ne? Ja. Okay. Okay. Aber nochmal, ohne Wiss, was ist hier unten denn noch los? Volles Sperrgebiet. Das würde mich schon interessieren. Geh ich da hin? Geh ich da hin? Ich geh da hin. Kann ich da hin gehen? Aber ich wollte jetzt eigentlich irgendwas mit dem Schiff, was ist denn jetzt los? Wo sind denn... Wo sind die ganzen Sachen auf der Mer... Ah. Was ist denn da unten? Ist denn die übelste, übelste Hochburg oder wie? Warum waren wir da noch nie? Ich geh da doch hin, ja. Und danach machen wir's mit dem Schiff. Ich muss ja wissen, was da ist. Das ist ein riesiges Sperrgebiet, oder? Ja. Ich komm her, ja. Ich mach den Schiff. Ich komm her, ja. Ich komm her. Und dann komm her. Wir können das auch hin. Lass mal kurz da lang gehen Brollaffe, den haben wir glaube ich zu genüge jetzt Lass mal kurz da lang gehen Und jetzt doch noch für Stress gesorgt, shit Warte mal Können wir uns Upgrades leisten? Bekaufen Haben wir noch Fracht? Wir haben nichts mehr Ejector Upgrades Moment nicht Posten Ejector Moment nicht So, das war ja hier die Stelle mit Hornigold, der so abgekackt ist Und dann hier lang Da kann ich da einfach rüber, ich markiere mir mal eben Moment Da wollen wir hin Aber was ist das hier alles? Das müssen wir untersuchen, was da alles ist Die Stadt ist doch größer als ich dachte Das ist alles Dschungel Und das ist eine Sackgasse Alter Alter Wieso ist das Gebiet nicht verfügbar? Wieso ist das Gebiet nicht verfügbar? Wieso ist das Gebiet nicht verfügbar? Ja Tast Das stimmt nicht Ja Da ist auch noch ein Gehengner. Da ist auch ein Gehengner. Von da triffst du mich wohl nicht, ja? Oh fuck, ich habe auch keinen Winkel. Shit. Okay. Das ist doch scheiße, dass wir da jetzt hinschwimmen müssen. Und wenn geht das überhaupt? Der hockt da immer noch, der denkt sich, ach, das Schiff ist eigentlich etwas Unbemannes. Das schnappe ich mir einfach. Mach das ruhig, mein Kumpel, mach das ruhig. Da ist unser Schiff. Und neue Siegel gekauft, die Streifen, die wir sehen. Boah, was ist das mit dem Grafikpack? Die sehen aber nicht so geil aus, finde ich. Ich hoffe, da können wir jetzt hingehen. Was ist da denn? Ist da irgendwas versunken? Wir kommen auf jeden Fall näher. Oh mein Gott, ja. Scheiße. Aber sobald man aufs Schiff geht, wird da sowieso nur gezeigt, willst du jetzt auf die Weltkarte, oder nicht? Oder könnte man mit dem Schiff hierher fahren? Die paar Meter, wenn du da von dem Strand aus geschwommen wärst, wäre das ja auch nicht fünf Jahre. Durchs Wasser geschwommen, sondern wäre es direkt da gewesen. Aber das ist ein riesiges, da wird schon wieder einer gefangen, gehalten. Und wieder vorne sollten Feinde sein, aber ich sehe die nicht. Ah, da sind sie, da sind sie. Ihr Schweine! Komm, mach doch mal jetzt. Toll, ey, ich konnte die beiden nicht retten. Was ist das denn hier noch? Warum einfach machen, wenn es noch schwer geht, ne? Also erstmal aufdecken hier alles. Hier finden wir ja den Rest. Die Taverne habe ich auch noch nicht gemacht. Halt zu viel habe ich aber wohl jetzt hier nicht aufgedeckt. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu vieler. Im Namen seiner... Lad nach, lad nach! Fuck! Verdammtes Schwein! Ich konnte sie schon wieder nicht retten. Ich bin so schlecht, Alter. Warum fliegt der denn? Oh mein Gott, jetzt hat sie... Hat ich ihn auch noch weggespringt. Ihr dummen Schwein, ihr. Der ist mit dem Rücken zu mir gedreht und blockt jeden Schlag. Okidoki. Boah, Edward, ich hatte den doch schon fast. Ah, was ne Kacke, ja. Ich muss wieder einen nicht retten können. Soll ich Stress machen? Soll ich richtig fett Stress machen? Oh, fuck. Oh, shit. Komm, Manu, hier, Manu. Komm, komm. Oh, shit. WTF? What the fuck? Oh. Hey. 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 Boah, immer wenn ich einen Fass habe, kommt der andere wieder Wie nervtöten das doch sein kann, wa? Oh shit, oh shit Puh, geht doch, geht doch, geht doch Räder mit jetzt Öffnen Alter, die Axt kann ich auch mal mitnehmen Kann man die noch so geil werfen wie früher? Hoho Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo? Vielen Dank.